Bock zu ficken? Mit dir oder was, du Spinner? Sehe ich etwa schwul aus? Ich glaub doch mal an dich. Der ist wohl einfach nur geil auf mich, Patrick. Dann kommt's wieder aus die Bimme. Gar nicht. Hat er aber recht, Patrick. Nur so zur Info, er ist ein Seelstern. Und ich bin ein kleiner, notgeiler, schwuler Schwamm. Und ich fick euch in den Arsch. In den Arsch? Nein, aber meine Puppe, die tut immer noch so weh von letztem Mal. Und da tut auch voll weh. Macht er nix. Du meinst es wirklich ernst, oder? Du Sporte!